Hallo, hier erfahren Sie kurz und knapp, wie man Videos in Lightroom 4 und 5 ändert und präsentiert. Schon Lightroom 4 bietet diese Möglichkeiten. Videos kürzen, Farbe und Kontrast ändern, das geänderte Video als neue MP4-Videodatei speichern. Mit Lightroom 5 kamen neue Funktionen hinzu. Zeigen Sie das Video in einer Diashow mit anderen Fotos, Videos, Ton- und Textüberlagerung und exportieren Sie diese gesamte Vorführung in einer einzigen, vollständigen MP4-Videodatei. Mein Video enthält wohlgemerkt nicht alle Tricks und Feinheiten, die können wir an anderer Stelle besprechen. Brauchen Sie noch mehr Videofunktionen? Sie sind vermutlich nicht in Lightroom 4 oder 5 zu finden. Oh, und ich heiße Heiko Neumeier. Das hier sind Videodateien, schon erkennbar an den Zeitangaben. Wenn Sie den Mauszeiger über den Miniaturen bewegen, sehen Sie den Inhalt des Videos. Ich drücke hier wohlgemerkt nicht die Maustaste. Dieses Video hier hat 51 Sekunden. Wenn der Mauszeiger nicht über diesem Video ruht, zeigt die Miniatur nur einen leeren Strand, ohne den Spaziergänger, der später auftaucht. Wir ändern jetzt zwei Dinge. Wir kürzen das Video und wir richten die Videominiatur so ein, dass man jederzeit den Strandspaziergänger sieht. Klicken Sie doppelt auf die Videominiatur. Klicken Sie gleich auch auf dieses Zahnrad, damit die Einzelbilder erscheinen. Hier in der zweiten Hälfte des Videos taucht rechts ein Surfer auf. Der soll nicht mehr im Video erscheinen. Das Video sollte ungefähr hier enden. Ich kürze also die zweite Video-Hälfte weg. Ziehen Sie einfach diesen Griff nach links, um die letzten Sekunden des Videos wegzuschneiden. Natürlich können Sie bei Bedarf auch den Anfang kürzen. Jetzt wollen wir noch den Strandspaziergänger auf die Videominiatur bringen. Wir ziehen also erst einmal die Markierung an eine passende Stelle. Dann klicken Sie auf dieses Symbol und dann auf Posterbild festlegen. Wechseln wir nun wieder zur üblichen Rasteransicht. Sehen Sie, das Video hat nur noch 25 Sekunden und der Spaziergänger erscheint in der Miniatur. Die Original-Videodatei ändert sich dabei wohlgemerkt nicht. Wie immer in Lightroom bleiben Ihre Foto- und Videodateien völlig unverändert im ursprünglichen Zustand. Das Programm sorgt lediglich für eine korrigierte Darstellung. Wie ändert man nun Farbe und Kontrast? Ich wähle ein Video aus und blende die rechten Bedienfelder ein. Sie wissen es sicher, im Entwickeln-Modul bietet Lightroom starke Korrekturmöglichkeiten an. Ich klicke also auf Entwickeln und bekomme diese Meldung. Video wird vom Entwicklungsmodul nicht unterstützt. Also, wollen Sie Farbe und Kontrast Ihrer Videos ändern, bleiben Sie in der Bibliothek und öffnen die Ad-Hoc-Entwicklung. Hier gibt es ein paar schlichtere Regelmöglichkeiten und einige von Ihnen eignen sich auch für Videos. Wie Sie sehen, Sie können Vorgaben und Weißabgleich für Ihre Videos verwenden. Außerdem stehen diese Regler zur Verfügung. Automatischer Tonwert, Belichtung und Kontrast, Weiß und Schwarz, Dynamik. Andere Regler sind jedoch ausgeblendet. Die können Sie nur auf Fotos anwenden, aber nicht auf Videos. Also, für Videos stehen nicht bereit, Lichter und Tiefen und Klarheit. Wollen Sie das Video wieder vollständig mit den ursprünglichen Kontrasten und Farben zeigen, dann klicken Sie hier unten rechts auf Alles zurücksetzen. Sehr viele Änderungsmöglichkeiten für Videos gibt es also zunächst nicht. Aber ein paar Dinge hat Lightroom doch noch in petto. Sie können gespeicherte Vorgaben auf Videos anwenden. Was ist das? Eine Vorgabe fasst mehrere Lightroom-Regler zusammen. Sie klicken nur ein einziges Mal auf diese Vorgabe, um eine komplexe Änderung anzuwenden, die auf mehreren Reglern basiert. Und in den Vorgaben gibt es weitere Lightroom-Änderungsmöglichkeiten, die Sie auch auf Videos anwenden können. Diese Änderungsmöglichkeiten sehen Sie nicht hier in der Ad-Hoc-Entwicklung, aber sie sind dennoch im Video möglich. Per Vorgabe nutzen Sie zum Beispiel noch diese weiteren Funktionen. Gradationskurve, Schwarz-Weiß-Umsetzung und Teiltonung. Hier liefert Lightroom Vorgaben speziell für Videos. Probieren wir diese einmal aus. Schwarz-Weiß, starker Kontrast. Wir spielen das auch gleich ab. Und Sie wissen ja, Sie können die Änderungen jederzeit auf 0 zurücksetzen. Diesmal mache ich das so. Foto-Entwicklungseinstellungen-Zurücksetzen. Es gibt hier noch viele weitere gespeicherte Vorgaben, also raffinierte Kombinationen von Lightroom-Befehlen, die komplexe Änderungen auslösen. Probieren wir dies einmal. Farbvorgaben Lightroom-Altes Foto. Aber hier erscheint eine Meldung. Lightroom wendet nur einige der Änderungen an, die innerhalb dieser Vorgabe vorgesehen sind. Lightroom wendet unter anderem diese Funktionen an. Belichtung, Kontrast, Gradationskurve und Teiltonung. Aber unsere gewählte Vorgabe verwendet wohl noch mehr Lightroom-Funktionen und die lassen sich nicht auf Videos anwenden. Unter anderem können Sie die folgenden Lightroom-Techniken nicht auf Videos anwenden. Verlaufsfilter, Radialfilter, Schärfen, Rauschreduzierung, Objektivkorrekturen, Vignetierung und Körnung. Aber wir bestätigen trotzdem mit OK. Nun wendet Lightroom einige Änderungen an, die in dieser Vorgabe vorgesehen sind. Aber einige andere geplante Änderungen werden nicht durchgeführt. Sie sehen, das Video ändert sich zwar, aber nicht ganz zum vorgesehenen Effekt Altes Foto. Zu dieser Vorgabe Altes Foto gehört zum Beispiel auch eine Vignetierung, also Randabschattung. Und die bietet Lightroom für Videos nicht an, sondern nur für Fotos. Ich widerrufe diese Änderung jetzt per Tastatur. Sie können auch Ihre eigenen Vorgaben erzeugen, sogar speziell für ganz bestimmte Videos. Dann wenden Sie diese Vorgabe aus der Ad-Hoc-Entwicklung heraus auf ein Video an. Auf diese Art korrigieren Sie Ihr Video mit ganz speziellen Gradationskurven oder Schwarz-Weiß-Umwandlungen. Wie Sie diese eigenen Vorgaben für spezielle Videos besonders clever erstellen, klären wir bei Bedarf in einem anderen Videolehrgang. Ein paar einfache Kontrast- und Farbkorrekturen sind jedenfalls möglich. Doch viele fortgeschrittene Verfahren bietet Lightroom nur für Fotos an, nicht für Videos. Und das gilt gleichermaßen für Lightroom 4 und Lightroom 5. Alle meine Erklärungen bisher gelten für diese beiden Programmfassungen gemeinsam. Und auch mein nächster Punkt betrifft sowohl Lightroom 4 als auch Lightroom 5. Sie haben Ihr Video zugeschnitten, Sie haben Farbe und Kontrast eingestellt. Das Ergebnis können Sie dann als neue MP4-Videodatei speichern. Diese Datei enthält alle Änderungen. Der Befehl heißt Datei exportieren. Setzen Sie dieses Menü auf Festplatte. Dann öffnen Sie den Bereich Video und nehmen hier H.264. So erhalten Sie die MP4-Videodatei mit Ihren Änderungen. Wenn Sie jedoch Lightroom 5 verwenden, können Sie auch auf eine andere Art exportieren. Im Diashow-Modul packen Sie mehrere Fotos und Videos in eine einzige Vorführung, die Sie dann insgesamt als neue MP4-Videodatei speichern. Diese neue MP4-Videodatei enthält auch alle Render- und Textüberlagerungen und sie enthält auch Videoton und Musik. Sehen Sie, hier habe ich schon eine MP3-Musikdatei eingeplant und dieser Regler hier steuert das Verhältnis von Videoton zu Musik. Auf diese Art gestalten Sie eine Präsentation direkt aus Lightroom heraus. Aber Sie können diese Schau genauso gut auch in eine neue MP4-Videodatei schreiben. Dazu wählen Sie Diashow Video-Diashow exportieren. Hier können Sie nur ein paar Auflösungen wie 1080 Pixel angeben. Sonst lässt sich die Videodatei nicht beeinflussen. Aber zuerst einmal testen Sie Ihre Vorführung natürlich mit Vorschau oder Abspielen. Das war nur ein knapper Überblick über die Videomöglichkeiten in Lightroom 4 und 5. Für einige interessante Tricks und Möglichkeiten hat die Zeit hier nicht mehr gereicht. Ich hoffe, Sie fanden es dennoch nützlich und bleibe Ihr Heiko Neumeyer. Wie Home Security oder Tribble Uppe Flousa und Dann auch Dan